Also, so kann die Berinale anfangen. Smoothie aus dem Liquid Garden. Also, wenn ihr für die Leckeres, so was euch Energie gibt und sonst so, dann gibt es hier die besten Smoothies. Auf jeden Fall. Wirklich. Ich habe mehrere Smoothie-Läden in mehreren Ländern und Städten getestet. Das ist der beste. Liquid Garden. Nochmal ganz unbezahlte, wundervolle Färbung für den besten Baden der besten Smoothies. Weiter geht's. So, um das mal zu erklären, wir sind jetzt hier bei der Weltpremiere von Cleo, dem Langspielfilm von Eric Schmidt, den man da hinten irgendwo sieht. Ich glaube, da. This guy. Ja, genau. Ich durfte wieder ein bisschen mitmischen bei dem Film in einer kleinen Rolle und freue mich sehr, das Endprodukt jetzt sehen zu können. Wir sind hier im Haus der Kulturen der Welt auf der Berinale. Am ersten Tag der Berinale zu der Öffnung von Generations. Unser Film läuft quasi alte Öffnung. Da läuft Max Mauf die Treppe rauf. Mit dem C. Wer hat denn das L? Jetzt haben wir hier den Kameramann, äh, äh, den Großer, den Kameramann Tino Mewes. Ja, ich freue mich sehr, dass dieser Film endlich... Leo? Leo, der Film? Leo, der Film in China. Wie war das? Tino war großartig. Tino war super, der Kameramann. Super Kameramann. Richtig gutes Auge. Den Regisseur vom Film, den großartigen Tino Mewes. Ah, ich bin Tino Mewes. Ich habe diesen Film gemacht. Ah, mhm. Jetzt haben wir natürlich noch den Produzenten des Films, Tino Mewes. Oh, wow. Ich sehe so neu aus und so schön. Wie war das, diesen Film zu produzieren, Tino? Es war mir ein großes Vergnügen. Wirklich, ein sehr, sehr großes Vergnügen. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Sehr schön, ich freue mich. Ich bin sehr gespannt. Wir sind jetzt auf der Bühne nach dem Film und Sven hat jetzt den Schauspieler aufgerufen. Danke. Ein wunderbarer Film. Hi, wir sind jetzt hier mit Tom Last, der auch in dem Film mitgespielt hat. Und Tom Last kenne ich schon ewig lange. Das stimmt. Wann haben wir das letzte Mal zusammen getreten? Das letzte Mal haben wir auch bei Erik gespielt, aber das allererste Mal haben wir bei... 2003, der Nacht der lebenden Loser. Die Nacht der lebenden Loser. Tolle Leistung. Vielen Dank. Danke. Das kann ich nur weitergeben, tolle Leistung. Tolle Leistung, ja. Also, Cleo, ich weiß noch nicht, es gibt noch keinen Kinostart, aber sobald es den gibt, sage ich euch Bescheid und guckt euch den an. Er ist wunderschön geworden und besonders Toms Auftritt ist auch sehr, sehr geil. Cooler Film. Auf jeden Fall. Danke fürs Auftauch in meinem Vlog, Tom. Sehr gerne. Thank you for having me. Sehr gerne. Da sind wir wieder. Tom hat ja ein Event auf der Berlinale. Das ist etwas Besonderes an der Party, die du machst, weil sie ist... Wir haben das Motto, das heißt No Guest List, No Bullshit und es geht darum, dass alle kommen können. Keine elitäre Ausschlussgesellschaft. Absolut. Was ja eines der Probleme ist, der Berlinale, dass man irgendwie immer nur hofft, dass man irgendwo eingeladen ist. Nicht bei Last Bros Party. Richtig gesagt? Ja, ganz richtig. Last Bros Laser Bar. Last Bros Laser Bar. Kommt alle. Es wird schön voll. Leer. Yeah. Bis dann. So, jetzt sind wir wieder raus aus dem Kino. Raus aus dem ganzen Gedrängel. Das war die Cleo Welt Premiere. Ich informiere, ich gehe jetzt weiter zur nächsten Party. Ich informiere euch von dort, was es ist. Hier ist der Generations Shuttle. Ah, hier werden die ganzen Leute geschuttelt. Interessant. Oh, it's okay. I'm easy to forget. Just leave me behind. I'm only a fucking late singer. Jetzt ist es dunkel. Transition. Hey! Guck mal, wen ich gefunden habe. Hier unten auf dem Boden. Zwei ziemlich coole Menschen. Hi! Oh nein. Wir haben hier mit meinem Bruder und jemanden hier. Was trinkst du denn? Was ist denn das? Das ist Korn. Das ist Korn, der wie Whisky schmeckt. Und dann hat Hannes gesagt, schäm dich, geh in die Jacke. Und seitdem steht sie da und versucht sie zu tun, als würde sie telefonieren. Wenn Johannes und ich uns treffen mit unseren Familien, dann sind wir zu zehnt. Wir sind nämlich beide Schauspielpapas mit jeweils drei Kindern. Wir sind jetzt zu zehnt? Wir sind zu zehnt, wenn wir uns treffen mit unserem Traum und unserem Kind. Wir waren mal fünf, glaube ich. Ich glaube, wir waren ganz am Anfang mal fünf. Das ist nicht krass. Und jetzt aber. Wir sind raus aus der Nordmedia-Night. Und ich habe mir ein Auto raus zusammengestellt. Wir sind raus zusammengestellt aus Niki Nidimovic. Niki Nidimovic! Lucy! Das ist Lucy. Lia. Sarina. Und Johannes. Ich packe euch jetzt alle ins Auto und wir fahren rüber zur Premiere-Party von Cleo. So, jetzt sind wir im Auto und bauen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Menschen in dieses Auto rein. Schokolade! Schokolade! Oma, gib mir Schokolade! Hast du schon angefasst? Das bist du heiß! Ah, da geht der Fernsehtor. Oh, da geht der Fernsehtum! Du bist so beschleidend. Ich bin so beschleidend bei mir. Es sind verschiedene Geschichten. Es sind verschiedene Geschichten. So.. Der Fernsehtum. Nein, das ist alles drin. Hier bin ich dran, da bin ich dran, da bin ich dran. Hier ist alles drin... Und hier sind alles drin... Ja? Hier ist alles drin... Hier ist alles drin... Hier ist unser Mensch. Hier ist alles drin! Ouh! Das ist alles drin! Ähm.. Sag auch ne Karte, auch deine Karte. Ähm, Kreuz Sieben. Kreuz Sieben? Kreuz Sieben. Okay, also, ähm, Sarina hat sich für die Kreuz Sieben entschieden. Und die Kreuz Sieben, wenn's klappt... Blau, Sarina, blau! Hey! Ich wollte dich gerade fragen, mit welchem Übergang ich den Abend beende. Welch Übergang? Ja. Ich benutze ja immer so Clips, so aus Filmen, aus Schlitten oder so. Von der weiße Hai, wenn der weiße Hai so aufs Bruch springt. Ja, genau. Ja? Ja, ja, ja. Alles klar. Okay. Gucken, ob das viel ist. 3, 2, 1. Tag 2, Berinale. Ich bin hier in der Nähe von Ritz-Carlton, in dem jetzt die Medienboard-Party stattfindet. So, ich hab mein Bädchen am Arm. Kann man das sehen? Mh, Medienboard. Dann gehen wir rein. Hallo. Hallo. Willkommen in meinem Vlog. Guten Tag. Ja, ey. Hier ist Stop & Go Einlass. Wir sind zwar schon mit unseren Bändchen bestückt, aber es ist wie früher bei der Disco. Genau. Hier kommst du nicht rein. Hier kommst du nicht rein. Hier kommst du nicht rein. Wir spielen jetzt hier den Steppenboot und? Wir haben Stecker. Wir haben Stecker von der Spielpark Berlin. Richtig? Automatenwirtschaft und Spielpark Berlin. Okay, alles klar. Und um zu beweisen, dass wir andere Wege gehen. Ich hab schon gerade gesagt, ich bin eher zu Betriggenswürger. Würde ich die Steppe mal fragen? Kannst du mal eine Karte sagen? Ja. Ja. Pik Ass. Okay. Steffen hat sich für das Pik Ass entschieden. Ich muss meinen Hut warm machen. Okay. Und hier. Wow. Richtig. Großartig. Sehr schön. Das kann man noch nicht. So, dann darf ich jetzt hier auch spielen? Ja. 5 Wurz. No! No! Also, äh. Das war witzig. Ich hab jetzt nur gespielt und nur verloren. Aber ich hab einen Inuktionscharger gescheitert bekommen. Das ist cool. Dankeschön. Danke Spielbank Berlin. Ich hab jemanden gefunden. Hahaha. Das ist mein Vlog. Kennst du schon meinen Vlog? Ich hab meinen Vlog gesehen, ja. Ja, du bist jetzt in meinem Vlog. Mach mal so ein Ding, den Kling, den Kling, den Kling. Kannst eine Abung machen für deinen Film, der in den nächstes kommt. Am 16.02. Samstag läuft ein Film mit Paula Kahlenberg und mir. Und leider nicht mit dir. Aber wir haben zusammen einen Film gemacht, nämlich mit Inge Tanz. Systemfehler. Der richtig geil war und da haben wir uns alle kennengelernt. Und am Samstag läuft um 2015 auf dem ARD Song für mir. Wie heißt der? Song für mir. Ah, okay. Ja cool. Einschalt. Genau. Aus den guten alten Danny Lewinsky Zeiten. Ja. Genau. Sehr schön, dich zu sehen. Ja, wir haben uns ewig nicht gesehen. Aber man muss eben zum Medienboard empfangen gehen, um sich wieder zu treffen. Einfach durchlaufen. Das schaffen wir. Und wir werden sicherlich gleich noch ein Bierchen trinken. Ja, sehr gerne. Oder ein Besserchen. Oder? Wir gucken mal. Bist du mit dem Auto da? Ja, ich bin mit dem Auto da. Aber ein Bier über den ganzen Abend, glaube ich, ist erlaubt. Ja. Ja, wir schauen mal. Aber vorher esse ich mal was. Ja, mal. Sonst kippe ich hier um und dann bin ich der Höhepunkt des Abends. Alright, viel Spaß. Warte geht's. Schon wieder diese Menschen. Ich habe ein Interview. 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 Wirklich? Manuel Cortez guckt meine Vlogs. Oh mein Gott. Baby. Hey, ich freue mich mein Lieber. Na, lang nicht gesehen. Geht's dir gut? Wir haben zusammen studiert auf der Ernst Busch. Ja, das waren harte Zeiten. Seien wir ehrlich. Ja? Fandst du? Ja, ein bisschen. Du nicht? Nö, ich fand das eher so... Walk in the park. Ja, genau. Nein, Quatsch. Natürlich. Aber schöne Zeiten. Ja, fand ich auch. Also, natürlich immer nach vorne und so, aber... Ey, sag mal, ist Beck nicht Beck? Beck ist Beck ab nächsten Dienstag. Ab nächsten... Also, wenn ich das Video aber erst nächste Woche rausbringe, dann ist es... Zu spät. Aber wenn ich am Montag das Video rausbringe, dann können wir Werbung machen. Du kannst es auch einfach am Donnerstag rausbringen, dann läuft es für die zweite Folge. Ach so, aber... Dann sag mal, ab wann läuft Beck ist Beck? Ab nächsten Wochen Dienstag, man. 2015 RTL. Du musst sagen, jetzt den Tag, also den quasi... 12. Februar. Am 12. Februar läuft... Ja, 2015 RTL und dann geht's los. Jede Woche. Beck ist Beck. Ja, Mann, geil. Und irgendwann bist du auch dabei. Ja, bitte. Ich setz mich dafür ein, wirklich, mein Lieber. Ja, bitte. Hör mich mal ein. Wir brauchen gute Leute. Richtig so. Wir haben hier Tim und Paula von Systemfehler. Vergangenheit, jeder. Über uns zieht ihr der Kamera sogar nicht, bitte surfen Systemfehler. Das ist fucking awesome. Einen kleinen Trick mit Tim. Tim, sag mal bitte eine Karte aus dem Deck und zieh dabei die Karten raus und fang sie an zu mischen. Ich soll eine sagen? Ja. Also zum Beispiel so eine Acht-Kreuz. Kreuz-Acht ist gut. Würdest du die mal halten? Ja, natürlich. Okay, alles klar. Äh... Das ist auch. Und die soll ich jetzt mischen? Ja, du musst sie mischen, so gut du kannst. Okay, nun werde ich sie nicht. Paula hat Angst, dass sie zersägt wird. Das ist doch immer so. So geht's allen Frauen. Du machst diese schöne Assistenz. Das waren die Achtziger, ja. Ja, aber so geht's allen Frauen, wenn du irgendwelchen Zauber trittst. Okay. Okay. Zufrieden mit Mischen? Ja. Okay. Dann nehme ich die Karten zurück und hebe sie einmal ab. Und jetzt konzentriere dich auf den Stapel, okay? Was hast du gesagt? Kreuz-Acht? Nee, Kreuz-Sieben. Nee, das ist Kreuz-Acht gesagt. Kreuz-Acht gesagt, Kreuz-Acht gesagt. Kass auf. Hast du gesehen? Wenn ich jetzt alle durchgehe, dann müsste sich eine Gold gefärbt haben. Kannst du die mal umdrehen? Wuhu! Fuck you! Du würdest sogar dabei gefilmt. Ja! Ey, ich fasse es nicht. Was ist das hier? Ey, Alter, das ist geil! Ey, voll gut! Dankeschön! Du hältst weiter rauf, ne? Boah! 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 Puh! Ähm. Eine kleine Pause. Habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Einen Tag. Es ist jetzt Tag 3 der Berlinale. Ich musste nämlich heute ein bisschen sprechen. Einmal für die Unity Media einen weiteren Spot. Was? Das geht? Und dann gerade eben hier in den TNT Studios einen Anime. Deswegen klingt meine Stimme jetzt auch so, weil ich die ganze Zeit gemacht habe. Ja, und jetzt kommt heute Abend noch eine Party und dann nehme ich mich raus aus dieser Marinale. Dann hörst du ein bisschen viel. Ich weiß gar nicht, ob ich heute Abend noch reden kann. Naja. Weiter geht's. Es ist viel zu dunkel hier, um zu vloggen. Äh, da war eben gerade der Fototeppich. Hier gibt's direkt einen Martini. Und ich umspann, wie es weiter geht. Hi! Hallo! Annika, ernst! Ich bin jetzt gefunden. In dieser wilden Party hier. Ähm. Bist du jetzt Blogger? Ja, ich bin jetzt Blogger. Weißt du doch, du bist doch in meinem Blog getrieben. Ja, ich weiß. Aber das hast ja gekaubert. Unsere Einstellung war gekommen, weil. Hast du ja gekaubert. In zwei Wochen. In zwei. Also, aber ich weiß das Datum nicht. Ich füge das Datum hier ein. Ähm. Wir sind übrigens in der alten Münze. Alten Münzfabrik, glaube ich. Eigentlich ist es ja, ich war hier nur in Ausstellung eigentlich. Sehr abgefahren. War eine Ausstellung? Nee, ich bin hier auch in Ausstellung. Ah, echt? Ich bin hier auch in Ausstellung. Ich bin hier auch in Ausstellung. Vielleicht versteht uns auch gar keine Wicke. Doch, doch. Ich bin hier auch in Ausstellung. Ciao! Jennifer Ulrich! Jo! 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 Der Film läuft jetzt am 23. Familie Böhler auf Mallorca. Ich bin ja schon seit zwei Stunden hier. Du bist gerade erst gekommen. Ja, ich bin gerade erst gekommen. Ja, das ist ein bisschen crazy. Mir wurde gesagt, es ist sehr heiß. Ja, ja, drin ist es definitiv. Sehr heiß, laut. Ja, hier ist so ein Raum, wo man sich kurz unterhalten kann. Ja, aber jetzt ist es auch gerade sehr laut. Jetzt ist es gerade voll. Schön dich zu sehen. Ja, ich freue mich auf ganz viel Grutzwurst am 23. Ihr werdet verstehen, was ihr meinen, wenn ihr es geblieben habt. Genau. Danke. Viel Spaß dann. Tschüss! So. Ich bin raus. Das war's von meinem Berinale-Vlog. Das war die Panther-Party. Deck of the Day, beziehungsweise Deck of the Berinale ist diesmal die Fort Knox Playing Cards. Alex Padrias goldenes Knock-Deck. Sehr fein. Sehr, sehr cool. An dieser Stelle auf jeden Fall ein dickes Dankeschön an Peter Schulze, der mir schöne Einladungen für ein paar sehr schöne Partys auf der Berinale verschafft hat. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst mir ein Like da, lasst mir einen gefällten Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Drückt auf die kleine Glocke, um zu wissen, wann das nächste Video hochgeladen wird von mir. Bis zum nächsten Mal. Stay young and be letto. Bye! 2 La- Ja M� Da- Ja Bis zum nächsten Mal.